Auf geht's in eine neue Runde, wir haben ganz scheiß Wetter. Wer hat schon wieder nicht aufgegessen? Maddy? Das glaube ich nicht, dass Maddy das war. Das ist sehr unrealistisch. Ich habe ja nicht gesagt, dass sie nicht aufgegessen hat. Ich wollte mir von ihr wissen, wer nicht aufgegessen hat, weil sie ja doch durchaus hinguckt, wer wie viel ist. Hä? Ne, damit sie weiß, wo sie noch was abkriegen kann. Wieso, ich habe mal noch eine andere Frage. Haben wir ganz hinten schon irgendwo einen Boss? Ja, im Haupthaus. Unten steht einer im Haupthaus. Genau, steht einer schon. Okay. Hinter dir hat Zombie. Boah, hinter dir sind auch vier. Oh. Wo hast du die hergeholt, Revoir? Das weiß ich nicht. Und warum dürft ihr die immer töten und ich kriege bloß den scheiß Assist-Tag? Ich habe auch nur Assist. Schade, ich wollte mal einen Eisenbarren haben jetzt. Eisenbarren sind doch da, oder? Also einen. Tür überlistet. Ich bin drinnen. Hier ist ein Eisenbarren. Ich habe schon, aber ich brauche noch ein paar mehr Level. Ich brauche noch zwei Level. Ja, die Tür im Haupthaus versucht mich durchgehend zu verarschen. Wenn es darum geht, ich möchte eintreten. Drückst auf den Kopf, drehst dich um, willst reinlaufen, geht die Tür wieder zu. So, wir haben mal ein bisschen Dingens hergebracht. Oh, wo war die Werkzeugkiste? Oh, es hat aufgehört zu regnen, sehe ich. Ja, schickes Wetter. Ach, schade. Schade, schade. Nee, ich wollte noch ein bisschen Leveln her. Dann, äh... Oh, da kommen noch welche. Ja. Ähm, ich habe total viel Dreck hier. Wo war nochmal die Truhe, wo man alles reinkippt, damit das von alleine gesammelt wird? Ja, vor dem Haupthaus. Die Truhe, die da ist, einfach alles reinkippt. Ich sortiere, sortiere regelmäßig aus. Ich dachte auch, es wäre gerade irgendwas hochgegangen, ne? Ich dachte, was? Lang wie T in T, ja. Oh, wir haben Gewitter. Es hat vorgeblitzt draußen. Wetterleuchten. Am Himmel. Am Himmel? Äh, Himmel? Ja, ich wusste, dass du das falsch verstehst. Wissen Sie, was du meinst? Ja, ist klar. Verstehe ich auch nicht. Was suchst du denn, Remo? Ja, ähm... Ich gucke, ob wir irgendwie hier Clostone haben. Clostone ist gerade nie noch einer da. Ich habe zwölf, äh, äh, ähm... Na, Goldnuggets, falls dir die helfen. Hm, fast. Fast dasselbe Item. Würde fast gehen. Ich habe neun Clostones hergestellt. Und davon acht aufs Dach gesetzt. What? Mhm. Tut mir leid, Schätzlein. Na, das wollte ich machen. Verzeih dir noch mal. Oh Gott. Das heißt, ich soll, äh, zunächst mal den Kies einfach ein bisschen heller machen. Revo, oder was? Na, ist halt, in dem kleinen Bild sieht man es halt nicht. Ja, der kleine Bild ist halt, das kleine Bild ist halt dasselbe wie draußen. Der kleine Bild. Ja, na, aber... Deswegen, also wenn, dann müssen wir den... So, komplett, also man... Also es hat ein... Wenn du es halt nebeneinander hältst, dann merkst du es so. Aber an sich erkennt man nicht, dass es Kies ist, fand ich. Also das ist so... Ja, wie gesagt, ich könnte halt... Das eins, was ich machen könnte, ist den ganzen Block heller machen, damit er halt nicht mehr aussieht wie Stein. Aber... Dann würde sich halt auch die Textur ändern, an sich. Ja, wie gesagt, das weiß ich so jetzt nicht. Kann man jemanden was gegen die Nachbarn unternehmen, die ja ständig Schlagzeug proben? Mann, 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 Mann. Da ist kein Rückmus, der reinkommt, da können die sein lassen. Und wir aufhören hier zu gewittern, das mag kein Regen. Hallo, Zombie. Geh mal schwimmen. Du magst keinen Regen. Regen macht doch aber nass und feucht. Wer hat feucht gesagt? Merkst du, was ich meine? Sehe ich nicht, warum die sich dann hier im Haus verstecken. Das verstehen wir alle nicht. Das muss ich auch nicht mehr, ich bin ja... Egal. Stimmt, in dem Alter... Nur dauerfeucht oder nur was, wie meinst du das gerade, verstehe ich nicht. Nee, da ist Hopfenmalz verloren. Klamp. Ja, hier. Mit jedem und alles. Mhm. Haben wir eigentlich die Kiste im Sand schon? Ich glaube, hattest du Winschen gefragt, oder? Nee, Sand war es nicht wovon. Ach nee, du hast nach Dreck gefragt, so war das. Sand tue ich bei Glas rein, das passt ja auch ganz gut. Ja, sandiges Glas ist immer schön. Mhm. Wie soll denn das Glas sein? Sand gestrahlt? Na, aus Sand wird Glas. Hä? Was war denn das, bitte? Realistisch. Alter, ein Genschmer. Ja, ähm... Was tun wir jetzt eigentlich gerade Schönes? Räumen auf. Wir warten, dass es aufhört zu regnen. So, um dann was zu tun? Achso, uns mit... Machen, dass es wieder regnet. ...uns mit Schippen zu bewaffnen, damit wir die Gegend abholzen. Ja. Nimm dann mal die drei kaputten Schippen mit. Ich hab eine, die hat auch noch ganz wenig. Deshalb, die kann ich direkt gut benutzen. Ich hab drei mit ganz wenig. Irgendwer packt Schippen, die immer ganz wenig haben, wieder in die Kiste. Das weiß ich nicht, wer so macht. Ihr könnt ja doch aber zusammenbauen wieder. Die Frage ist, macht das Sinn, seine Level dafür zu verbraten, dass man Schippen zusammentut? Da brauchst du kein Level zu verbraten. Ach nee, stimmt, brauch ich ja nicht. Das kann ich ja hier einfach... Im Inventar, richtig, da war was. Bei welchen? Es geht nur bei den... Bei unverzauberten. Bei unverzauberten geht's auf jeden Fall. Genau. Bei unverzauberten Items geht das. Herr Müll, gab's die Folge schon, rubbel die Katz? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall... Ach so, ja, wir wünschen natürlich allen Zuschauern frohes Ostern. Dann wisst ihr jetzt ungefähr, wie viele Wochen ihr hinterherhängt. So viel sind's doch nicht, oder? Nee, es sind, glaube ich, nur noch zwei Wochen oder sowas. Also wir hatten gerade die Folge, wo Maddy den Diabolo-Patch vorstellt. Und die Folge, wo du den Minecraft-Patch vorstellst. Ach so, oh. Ich habe vorhin übrigens auch mal aus Spaß ein passendes Dings aufgemacht. Ein, wie nennt sich das? Irgendwo eine Kiste mit rohem Essen. Ein Screenshot, äh, also ein, äh, Snapshot, glaube ich, heißt das Ding. Ja, haben wir. Geht ihr in der Auditor? Wo befindet sich die? Äh, warte. Da. Hier, bei mir. Im Haupthaus. Ich bin im Keller. Du kannst, wenn du es in den Keller tust, kannst du auch gleich das Fleisch in den Ofen stecken. Ach, wegen ein, ich habe nur ein Stück, also nur ein Lünchen. Dann steckst du doch in den Ofen, ist doch egal. Dann nimm doch am besten in den Ofen, der schon läuft. Da geht doch eine Kugel drauf. Das ist doch egal, nimm doch in den Ofen, der schon läuft. Na und, muss ja sowieso gebrannt werden. Guck mal, nimmst du den unteren Ofen, ich nehme die Kartoffeln raus, steck die in den oberen Ofen und schon ist schick. Könnt jemand das Tor öffnen? Ich komme. Ich komme, Philipp. Ich habe gesagt, ich komme. Mein Bruder. Hast du mich gerade nicht schlagen, oder was? Nein, er war ein Zombie, den habe ich aber umgebracht, also hast du den nicht gesehen. Dann hast du ihn nicht mehr offen, oder? Er ist nur ausgerutscht. Sag ja. Stimmst du, Fisch? Was? Das Stream hast du schon erst zugemacht, oder? Du siehst jetzt nicht ungefähr jetzt, wie ich dich geschlagen hätte können. Achso, da habe ich zugemacht, weil es bei mir leckt, ja. Ja, dann ist gut. Dann hättest du jetzt sonst gesehen, wie ich dich gerettet habe. Dann siehst du ja gleich in der Kamera mit, was ich nach dir geworfen habe. Ich muss weg. Es wird gleich wieder dunkel, schade. Ich wollte gerade sagen, wie wollen wir denn den Regen überbrücken? Wir hatten irgendwie keinen Regen-Notfallplan. Ja, das ist ja... Hast du, Emma, die Kisten an einem Torschen ausgeräumt? Nein. Ich wollte nur fragen. Der kommt auch in die Maschine und so. Wenn wir so viel Eisen gefunden haben, dass wir eine Maschine bauen können, baue ich dir eine. Wir brauchen ja ganz viele Trichter dann. Achso, und die Sortiermaschine. Er meint nicht die Sexmaschineärmel. Dafür bist du ja eh zuständig. Ich baue dir sowieso kein anderer. Aber ich sehe, wir haben ein ganz klein wenig Redstone. Also wir können da auf jeden Fall schon ein bisschen was reißen. Hm. Wir bräuchten eigentlich, glaube ich, mal trinken wieder Cola. Jetzt schwimmen wir zu viel Geld. Mach doch nicht glücklich. Was? Hast du eine Ahnung. Ich kann es nicht gerade, was der Chat mir versucht zu sagen, kann ich nicht ganz verstehen. Aber es kann entweder ist, in der heutigen Folge, war das, war das heute drin in der, mit der, mit der, also heute war ja die Erdbeermelade-Folge. So, und weiß nicht, war da Rubbel-die-Cups drin? Ich habe den ja auch nicht zu Ende geguckt. Ich glaube, die Folge Rubbel-die-Cuts hieß, auch die Rubbel-die-Cuts. So, gut. War die denn schon? Weiß ich nicht. Wieso denn nicht so damit? Ach, da hatten wir ja drüber geredet, ob denn da mehr Views kommen. Hi, Suzy Crafter. Da hatten wir drüber geredet, ob mehr Views kommen. Ja, na, weil man den suchen, da hatten wir doch drüber gequatscht. Das ist halt bei manchen Titeln, wie Maddy's Handtasche. Achso. Achso, das meinst du? Nee, ich verstehe nicht, was du meinst. Schlimm mit euch hier. Wer hat denn hier die Erde schon wieder vor der Tür weggenommen? Na, ich habe die weggenommen. Ja, warum? Ich habe die extra hingesetzt, damit der Rasen rumwächst. Was da bei der Kies hin muss. Achso, gut, der Rasen kann von der anderen Seite kommen, alles klar. Ich hatte da Kies reingesetzt und dann fiel mir auf, oh, Moment, der ganze Streifen ist noch braun. Nee, das ist ja doof, wir wollen ja Rasen drauf haben. Deswegen hatte ich da wieder Rasen hingesetzt. Oh, es hat auch ganz rechnen. Ja, dafür ist nachts. Ah, halleluja. Alter, sehe ich das richtig? Dieser kleine Miss-Zommi ist gerade hochgesprungen und hat die Fackel runtergehauen. Ja. Platzen um die Drecksau. Hammer. Also, wir müssen Fackeln auf Höhe 4 hängen, nicht auf 3. Damit so jetzt die nicht... Also, die ganzen... Jaja, aber die haben Haupthaus. Das kann aber auch an mein Schwert gelegen haben, weil ich habe mit Rückstoß vielleicht dagegen geflogen. Das Schwert. Du hast den Rückstoß, dann ab auf den Turm und schmeißt sie rück. Hier, Frank, es gibt ein Problem. Ich glaube, deine Türanlage funktioniert nicht. Ich habe hier in einer Kiste Erde einen Stack... Oh, ich bin schon wieder an das Kabel gekommen. Alles so grün, 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 grün. Kurzer Aufkamen, Moment. Fuck, ey. Ach so. Soll man ihr sagen, dass man den Kabel doch festschrauben kann? Nein. Okay. Wieder da. Also, in der Kiste mit Erde war gerade... In der Kiste mit Erde war gerade Holztöner. War gerade grün, grün, grün. Ne, auch grün. Keine Ahnung, wie das da reinkommt. Mhm. Übrigens, Maddy, du wolltest wohl stöhnen. Beim Stichwort Rubbel die Katz. Hat dir mal das schon gesagt, dieses Wort? Nee, wir haben heute bestimmt nicht noch schon viermal Rubbel die Katz gesagt. Okay. Oh. Ja. Ja. Kann auch auf Wunsch bestimmte Namen stöhnen, wenn das erfordert ist. Ja. Okay, der, der das als nächstes sagt, der wird namentlich erwähnt. Fuck. Wehe, fass meine Leiche an. Also zumindest die Reste, die da liegen. Wir stehen jetzt hier rundherum. Guckt es mal an. Da seid ihr denn... Weg hier. Bei mir steht keine Gefahr. Ich hab ja volle... Auch nicht. Ich hab... Wie gemacht, Alter. So, dann werde ich jetzt 20 Minuten auf K-Handtasche sortieren. Alter. Die Ecke hier ist noch ganz schön dunkel, wa? Ja, dann haben wir es jetzt Nacht. Das ist ja schön... Ja, ne? Die halbe Nacht haben wir schon... Hm, Afkapulon. Ja, wir müssen uns, glaube ich, wirklich mal einen Notfallplan machen, was wir tun, wenn wir nicht rauskommen, ja. Na, sinnvolle Aufgaben. Kisten sortieren, statt dort oben im Kreis zu hüpfen, wie ich das gerade sehe bei euch. Nee, im Kreis hüpfen macht viel mehr Spaß. Ich kann auch gerade nicht, weil ich diese... Wo kommen hier schon wieder sieben Zombies her? Und ich kann... Und ich kann... Und ich kann auch nicht bauen, ob wir draußen Zombies sind. Ich muss aufwarten. Ich hab mir auf das Knie gestoßen. Kann leider auch. Ich stoß dir auch gleich mal was ein. Aha. Was denn? Haha. Also nein. Ich hab mit sowas, glaube ich, mehr Erfahrung wie du. Aha. Jetzt da frage ich dich ja... Mhm. Weil du dich da halt so auskennst und ich ja nicht. Aha. Aha. Da ist ja ganz schön Party hier unten. Wo ist denn die Revue? Die unsichere Mauer noch. Auf der Mauer, auf der Lauer. Sitzen. Kleine Revue. Oben gab's schon eine Kiste mit Fackeln von der Theorie her, oder? Wo ist denn oben? Äh, im ersten Raum quasi. Äh, nee. Oder mach ich das? Also zumindest kein expliziter, direkter, nur das. Doch, gibt es jetzt. Okay. Also wer Fackeln braucht, kriegt die auf jeden Fall in dem ersten Raum quasi, wo wir das Essen gleich kriegen und solche Sachen. Da gibt es auch eine Kiste, wo Fackeln drin sind für die Leute, die... Da, wo die Suppenküche ist, da kriegt man auch Fackeln, falls draußen dunkel wird. Sag mal, willst du mich rollen, oder was? Aber für mich ist ja wichtig, dass ich weiß, wo die Fackeln sind. Das wäre durchaus wichtig. Äh, witzig. Midi-Rollen. Sind denn jetzt alle hin, ja? Ja, ich darf morgen schon wieder arbeiten? Ja, ich darf morgen wieder arbeiten, ja. Die Leute wollen ja Dienstag nach Ostern ihre Schachteln haben, alle, ihre Ware. Also muss ich Montag nach Köln, um den Kram abzuholen. Also grundsätzlich will ich das ja schon Ostersonntag haben eigentlich, aber gut. Aber sonst fährst du doch auch nicht, äh, am Sonntag, oder? Nein, 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 aber dadurch, dass es ja Montag ist und Dienstag ja normaler Tag ist im Endeffekt, ähm, kriegen die halt alle ihre Ware rein, ne, Dienstag morgen. Und die muss ich ja, die müssen ja abgeholt werden, aus dem Flughafen. Boah, ich kenne das nicht anders. Ostermontag, Pfingstmontag, das ist, also, was soll's. Ja, die ersten Tage sind immer schwierig. Na gut, du kriegst ja... Ja, es gibt ein bisschen was extra, ja. Ja, gut, dein Ausgleichstag hast du nicht wahr, oder was? Nö, ich hab ja eh nur eine Vier-Tage-Woche, also ich arbeite eh nur vier Tage, während meine Kollegen fünf dürfen. Und, ähm, pff, deswegen im Endeffekt muss ich ja auf so einem Feiertag arbeiten, sonst fangen die an umzuhören, wenn ich den noch einen Tag frei hab, weißt du. Die sind so schlammig, so schlammig haben wir, dass ich nur vier Tage arbeite. Das, das verstehe ich jetzt eigentlich gar nicht. Da hätten sie noch grüne Punkte, guck mal, da hätten sie noch grüne Punkte. Und, während ihr laufende grüne Punkte sucht, ähm, hören wir auf für heute und machen morgen weiter. Macht's gut, bis denn. Papa. Jo, tschü tschü. Tschü tschü. 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 Tschü tschü. Tschü tschü.